Oh. 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 What the? Hä? Eichhörnchen? Was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft... Ist das... Verzeihung bitte? Sorry. Äh. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Hä, der ist das einfach. Warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Äh, apropos... Mit Klamotten. Mit Klamotten. Gibt da mehr? Das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen. In der Tat. Ein Samen von Idrasil, genauer gesagt. Hm. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum was? Ja, mein Baum. Hier. Ich zeig's euch. Was kommt jetzt? Ah, dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Achso. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Nivelheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Svartalfheim steht euch offen. Falls ihr noch unerledigte Angelegenheiten bei den Zwergen habt. Ja, was war denn? Hauptquests oder eher Nebenquests? Ich würde sagen Nebenquests, aber welche? Diensten Asgards oder Uldins Auge? Was müsst ihr denn überhaupt mal machen? Alfheim? In diesem Fall wollen wir erworben werden sie an der Reihe. Was haben wir das nehmen? Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, sollst du hier wohl am besten hier auf uns warten. Die Soldaten in Svartalfheim. Das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar keine Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Das ist eisig hier. Tschüss. Und wen haben wir jetzt hier? Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Pff. Gut. Rock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich scheiße. Egal, wo sie herauskommt. Das sollte ich mir auch. Na schön. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg? Du könntest dies als Trainings-Arena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Na ne. Hab ich da eigentlich gar keinen Bock. So ein Training. Training können wir doch immer auf den Kampf machen. Das ist Zeitverschwendung. Sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Boah. Sieht so aus. Alter Schwede. Hey. Weißig drei Trum. Was glaubst du bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. So. Cool. Mal. Mal kurz weg. Ach ja. Muss ich das überall tun. Muss ich das Haus finden? Welche Trum? Ah. Und die. Ah. Du musst eine bestimmte Anzahl an Raben haben, damit man hier den Thron öffnen kann. Gutes Rad werden. Ein geschenktes Todes. Um sie immer zu erschicken. Das Einfach des Odin. Ach so. Das sind ja alles. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. 28. Ja. Ich würde sagen. Ah. Ja. 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 Hier hin zu reisen immer wieder. Das ist auch ein Akt. Naja. Wir sehen uns dann gleich. Ja. 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 Mach's wart, Alfheim, ha? Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Die Bergbaumaschinen, die ich mitgebaut habe, stoßen immer noch ätzenden Rauch aus. Klingt gut. Jo, dann machen wir das mal. Äh, den Dienst in Asgards. Oh, genau. Oh, wer ist? Was ist das mit der Hüfte? Hier. Äh. Abwehr ist natürlich sehr krass. Boah. Bruder, sag dir ehrlich. Passt mir auch nicht zum oberen Ding. Aber okay. Naja. Das müssen wir irgendwie besser folgen. Boah. Boah. Das können also nicht alle Zwerge, was Block und Syndri tun, ja? Dich zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ah, okay. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die vermutlich von einer gehalten ist. Ist nur richtig, ne? Ist das hier? Sind wir etwa schon da? Es gibt auf dieser Insel noch eine Bergbaumaschine. Riechst du den Rauch? Warum sollten die Zwerge überhaupt freiwillig für die Arme arbeiten? Warte mal, ich höre keine Raben. Apropos Raben. Und das hier ist dann das Herz. Du hast sie belogen. Ich habe sie belogen. Neun von 48. Ah, ich hängen genau acht Stück, okay. Was macht das? Wir könnten über dieses, äh, Aufzug-Dings schwingen. Gerüst. Gerüst. Danke. Das muss die richtige Stelle sein. So ist richtig, okay. Das sieht aus, wie man Kumpf machen könnte. Ah ja. Diese Fässer. Ich rieche Brennstoff. Ich wette ein Funke von deinen Wässern würde einen ziemlichen Knall auslösen. Warte, warte, warte. Warte. Warte, warte. Die alle tot sind. Wir könnten hier den Boden durchbrechen, wenn du eine Stelle findest, die hoch genug ist. Ja... Äh... Da kann man hoch... Ich muss jetzt mal ein bisschen erkunden. Oh. Sengs. Bleibt das so? Oh. Kein bock mal das alles zuzumachen. Ah ja. Bitte. Shit. Also man kann auch hier rein. Okay. Börbischakalaka. Oh. Sechs. Bisschen zeigen. Ah. Thanks, Junge. Die Zwerge hätten die Maschinen selbst abschalten können. Ein paar haben es versucht. Die Einherja haben einen Exempel statuiert. Waren zu dumm dafür, oder? Sie töten die Zwerge? Hättest du sie nicht aufhalten können? Ja. Hey. Ach, hier geht's weiter. Okay. Ach, hier geht's weiter. Gleiter. Gleiter war gut. Gleiter war gut. Aber hier kann man rein. Oh. guck hushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Hier ist noch was zum lesen. Ja, ne? Das riecht er manchmal. Mal gucken. Richtig grimmig. Der Grimmige. So, jetzt kann man wieder durchschlagen. Guck mal, da ist ein Schildkrötis. Da ist ein Schildkrötis. Kann man... Ne, kann man nicht. Willst du den mal ausprobieren? Ist... Finde ich das Beste, was... Oh nein, hält man doch. Oder? Was habe ich jetzt gemacht? Ich kapiere gar nichts hier. Ich schau über Geräusche. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Okay, wir gucken uns mal... Wir... Wo kamen wir denn her jetzt? Ah, warte mal. Hier könnten wir ja... Das mit dem Dingens machen. So, vielleicht kommen wir jetzt rüber. Alles klar, danke. Das nehm ich mir mal. Ich bin der Plünderer Meister. Ich bin der Plünderer Meister. Das ist ein Schildkrötis. Das sind nur Deko. Wie es mir scheint. Aber... Wir haben die Truhe. So, was muss man jetzt machen? So, was muss man jetzt machen? So kann man... Darüber kann man... Nee, kann man nichts machen, ne? So kann man auch nichts machen, ne? Hm. Wie ist denn das hier? Wie ist denn das hier? Sieht da oder nach Rückweg aus. Ja. Oder das sieht nach Rückweg aus. So kann man das nicht da oben freischalten? Ja. Okay, ich muss mir echt mehr... Erkennen, ne? Ah, warte. Hier waren wir aber noch nicht. Okay. I understand. Äh, was ist das denn da für ein... Ach du Scheiße. Da ist auch eine Tour. Okay. Jetzt haben wir es. Warte. Machen wir eins höher. Weiß ja nicht, was... Was der Junge, äh... An den Augen hat. Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt sieht gut aus. Aber eben hast du auch gesagt, Sieht gut aus. Mann. Junge, gehst mir vor auf den Sack. So. Kann man hier was machen? War nicht so schwer. Kette unterhelfen. Für ne Abkürzung. Gut. Ah, wir sind da. Ja, natürlich. Ah. Keine Arme, keine Beine. Oh, schau auf. Boah. So. Vater der Übertreibung. Vater des Jahres hier. Ich weiß aber nicht, wie man da zu den anderen Sachen kommt. Das können wir aufratschen. Mach doch. Ach so. Die linke. So. Einmal ausgeschaltet. Zwei von drei. Für die Schmiede von Svartalfein war die Herstellung einer Waffe einer Heilige Sache. Aber Odin wollte nur so viele Klingen wie er kriegen konnte und zwar so schnell wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloben die Zwerge ein Stück von sich selbst. So. So. Ich hab da irgendwas verpasst oder? Kann das Ding noch höher? Ja, genau. Das meinte ich. Ist der Rückweg. Habe ich es noch nicht gesehen, weil ich wusste jetzt die Schwung für das. Die Zwerge haben wegen dir überlebt. Da hast du nicht ganz unten. Odin hätte jeden einzelnen Zwergungsvartalfein ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. So. Wie geht das? So. orious Wissenschafts nominärin, zum zweiten Alter. Das ist wirklich nie das zu weisen. So. Ziemann! uszav, Tone! Ja, nö. Oh, was haben wir hier? Weiss Wissenschafts我說笑. Zum einen und zum zweiten, alter. eine krasse goldene truhe die leuchtet aber sehr krass wie da nur ein teil rausnimmst die truhe ist komplett voll ich muss nach seinen reisen in die länder jenseits der meere fragen das haben wir alles ne willst die welt bereisen ich weiß nicht vielleicht neue orte sehen mehr herausfinden über mich selbst so wo ist der nächste der maul von ihnen ist das da ja ich gerne heute noch mit vier mutter war eine riesen stimmt das das war die umstände ihres todes sind bestenfalls unklar aber ich weiß nicht ob diese tat zuzuschreiben ist er war danach nicht mehr ich weiß da war noch skadi die königin der jagd ja sie verschmelte und er brachte sie mit einer list dazu ihren vater zu töten da war noch starker der mächtige der herrführer der jötner von odin verunglimpft von tor überlistet und ermordet ich dir den rauch ist noch eine bergbaumaschinen ja das machen wir doch direkt bereust du dass du odin nicht erlaubt hast sie zu töten und dann was ihre neugebauten schmieden vergifteten den boden dass sie keine eigene anbauen konnten mussten sie aus asgard kaufen würden sie aufhören zu arbeiten sie nichts mehr zu essen was ist denn hier was ist denn hier ok 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 ich werde so kampf arena die wir vor jahren besuchten warum sagst du das und stinken vielleicht das war ein spaß das war training ja wie auch immer wir sollten die andere hälfte des damens suchen wenn er wieder ganz ist sehen wir wohin er führt sehr gut jetzt kommen wir rüber das ist noch neben neben kreuz ja die anderen fiecher aber kommt auch von Äh. Aber ich zornisch! Ja, ich weiß, wie man hier rankommt. Glaub ich. Perfekt. Ja, die Grenze sind jetzt so schwer, noch im Rahmen. Das finde ich irgendwie auch gut, dass ich auch selber schaffe. Ansonsten halte ich mich wie der letzte Depp und brauche dann halt Ewigkeiten bis... Ich nehme halt alles hier mit, was ich... ja, was ich sehe, aber auch was... auf jeden Fall machbar ist. Okay, hier ist immer Sprengbares. Oh nee, hier kommt irgendwas. Oh. Oh nee. Ein Trollo. Warte. Da ist er. Da ist er. Kommt er. Hinter dir! Pass auf! Oh! Oh! Zoysale! Nicht von dir! Hälter dir, Bruder! Ohh! Oh! 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 wunderbar lief da eigentlich wie auf dem schnürchen wir haben den letzten schneiden wir den maum auf und zack und dann reißen wir das ganze auf mit einem abkühlen es ist getan wenn man so eine magere aufgabe getan nennen kann bloß ein kleiner tropfen auf dem heißen stein der besetzung durch asgard du musst mit deinen taten leben aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen und warum nicht hier wurde ein unlösbares problem gegeben machte keine vorwürfe es nicht gelöst zu haben die zwerge würden das sicher ganz anders das bringt nichts in ordnung nein aber es ist ein anfang zur erinnerung die zweite schlack die wir gesammelt haben könnte in den händen von der hauquess äh in der nächsten folge geht es mit der hauquess weiter haut rein wir sehen uns dann dort ich werde offline da hingehen wir sehen uns dann dort vielleicht finde ich auch irgendwas mit graben oder so gucke ich mal klatsch mal ab wir sehen uns dann beim nächsten mal tschöööööö auf dem weg zum licht von alfheim ist aber das ist weil er ein wolf war oder ja wäre er ein gott oder ein mensch der im kampf viel hätte ihn eine valküre nach valhall oder folkwanger gebracht wäre er ein mensch oder gott der außerhalb des kampfesstab käme er nach hellhain aber fenrir war ein wolf also kommt seine seele zu all jenen in alfheim die mutters ja wie die deiner mutter so weiter geht es mit der haupt quest da seid ihr ja ich wusste ihr vergesst mich nicht nach alfheim reisen meister kathos auf ein wort bitte tier kennst du ratatöschkir natürlich wir haben gerade geredet als du weg warst von allen eichhörnchen die ich kenne ist er das charmanteste ok dann muss ich jetzt wieder reisen ich dachte wir müssen nach hier oder geht es nur von hier aus ok nach alfheim vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten reise ins land der alben erzählen natürlich alfheim war unsere erste welten reise mit einem tempel freya wollte mit uns kommen aber urdin hat sie verzaubert sie kann mitgad nicht verlassen ach der ist dabei wir kämpften uns also durch eine armee von dunkelalben zum licht ihr wart beteiligt am albenkrieg nicht freiwillig wir wollten unseren beef rust füllen als sie uns angriffen die dunkelalben hüllten alles in klebriger stocksubstanz ein wir befreiten es und die lichtalben kehrten zurück alfheim schien es besser zu gehen tatsächlich groas geheimnis es ist so lange her ich weiß nicht wo der tempel von hier aus ist aber dort ist groß schreien zerstörte geschichte ja nicht gerade einfach zu beheben die strati kommen wir nicht vorbei nö schöne blaue blumen na dann gehen wir mal hier lang die algen führen also ihren krieg vor ja so viel zu in alfheim ist es besser ok noch mehr von kathos und hier action ok so ein blaues viech oh man fimbullwinter hat alfheim erwischt nein diese stürme plagten alfheim schon lange vor fimbullwinter k prayer hr die leben der wüste hm oh weiß jetzt wie bien geguckt haben ächarische truhe von äh für sein Hier geht's scheinbar... Da geht einfach hier. Okay. Weiter zu...